Mein erster Eindruck auf der Konferenz ist einfach nur wow. Wir sind vor zwei Jahren gestartet in Hamburg, seit letztem Jahr hier in den Peppermann Studios in Hannover. Für mich ist besonders auf Next Level der ganze Look, wie sieht es aus, sowohl digital als auch hier vor Ort. Wir haben zwei Bühnen das erste Mal, wir haben zwei Streams, man kann hin und her schalten und ich höre bisher nur positives Feedback. Also man hat gemerkt, da waren wirklich Profis am Werk, es hat richtig Spaß gemacht auch hier das zu erleben. Well, the collaboration has been amazing, the dealers have been giving me feedback, that they love the fact that they're learning, they're being inspired. This is not a sales pitch conference, and so what I'm looking forward to is this, well, connection with technology, with OEMs, with manufacturing, ideas, principles, everyone together, having coffee, having lunch, and well, moving the industry forward. We are in the middle of enormous change in our industry and we at the MORE Conference, as Mobility.de and as the dealers who work with us, we want to invent the new future together. Fazit, für alle, die jetzt nicht dabei sind oder dabei sein können, ihr versäumt definitiv aus. Have a great day! Have a good day! Ah, kkkkkk.